Das ist ein Film darüber, was man an der Uni-Fächta studieren kann, wenn man nicht sowieso schon Lehramt oder soziale Arbeit studiert. Zum Beispiel dem Bachelor Combined Studies. Der Bachelor Combined Studies ist ein polyvalenter Zwei-Fächer-Bachelor, der mit und ohne Lehramtsoptionen in sechs Semestern Regelstudienseite studiert werden kann und sowohl für einen Berufseinstieg als auch für ein fachwissenschaftliches Masterstudium qualifiziert. Also man kombiniert mehrere Fächer miteinander. Das ist halt jetzt nicht viel Aussagen. Ein paar Beispiele. Wirtschaft und Ethik mit Sozialwissenschaften, Sport und Englisch, Politik und Geschichte, Designpädagogik und Germanistik. Also 16 Fächer in 119 Kombinationen, quasi ein Zwei-Fächer-Bachelor, den ich mir zusammenstellen kann, wie er zu mir passt. Okay, das finde ich gut. Bravo. Hinsetzen, weiterstreben. Kann ich hier auch Lehramt und soziale Arbeit studieren? Schau den Film doch nochmal an. Nee. Ich bin da hier. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020